Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ja, da will man einfach mal bei Playboy X mitmachen, äh, weitermachen, beziehungsweise beginnen. Bekommt dann aber die Nachricht, dass der Termin jetzt schon möglich ist. Und ich knall hier erstmal, ja, gegen eine Ampel. Nice. Und deshalb habe ich die Nacht jetzt über quasi ausgeschlafen, dass ich fit für den Termin bin. Und jetzt geht es zu Mr. Goldberg. Nun haben wir das schon mal dann durch. Oh, wenn der wüsste, was auf ihn zukommt. Und da sind wir auch schon. Es geht los. Final Interview. Genau. Ganz ruhig und entspannt verhalten. Wir haben nichts zu verbergen. Mr. Bellic, willkommen. Ich will nur sehen, ob Mr. Goldberg ist disponible. Mr. Goldberg, Mr. Bellic ist gekommen für seine Interview. Okay, großartig. Sag ihm, dass ich ins Büro komme. Würdest du mich, Mr. Bellic folgen, Mr. Bellic? Klar. Folge der Empfangsdame zu Goldbergs Büro. Nur zu gerne. Mr. Goldberg ist such ein Saint. Ja, klar. Das kann ich mir vorstellen. Danke. Hallo, Nico. Nikolai? Ich bin für ein Mann, der kann die Arbeit gemacht werden. Nikolai, ich liebe dein Resumme. you seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world sees problems and you're standing that's a power Oh oops You didn't see anything Doch, sie hat es leider gesehen. Sichert den Bereich. Okay, Bereich gesichert. Weiter zum nächsten. Bereich gesichert. Weiter zur nächsten Ebene. Ihr könnt auch einfach alle rausrennen. Ihr müsst nicht hier rumbleiben. Was ist das, was du in mir hast? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ja das ist jetzt ein bisschen schwer leute doch nicht, bringt die Akten zu Francis ja und wie auch dort konnte ich keine Zeugen gebrauchen ja ja, so ist das Leben normal ich meine, hätte ich eine Maske aufgehabt hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt aber so ich hoffe der Gute ist nun zufrieden mit Final Interview hier sind die Zeugen Eintausend? Ernsthaft? Na ja, gut. Oh, super, da ist direkt ein Burger-Laden. Dann fülle ich erstmal meine Gesundheit hier wieder auf. Ich könnte hier auch Nebenmissionen erledigen, aber... Ich glaube, das mache ich tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt, denn... Ich möchte mich jetzt gerne hier erstmal ein bisschen noch auf die Story konzentrieren. Äh, ja, ich habe bestellt. Äh, hallo? Danke, manchmal hängt das ein bisschen. Äh, entschuldig bitte, das war wieder mal ein Nieser. Gut, ab zu Francis wieder. Weiter geht's mit Holland Knights. Gut, Ma, gut. Ja, ich bin immer ein guter Junge. Du kennst mich, Ma. Ja, ich werde Kommissioner. Nein, ich bin nicht interessiert über Packy. Listen, Ma, ich muss gehen. Ich liebe dich, auch. Gut zu sehen. Ich bin sicher. Du kennst dich, aber ich sehe viel mehr von mir in dir. Du kennst dich? Nein. Du kennst dich, dass es kein guter und kein evil ist. Es ist nur Schäden von fucking Gray. Whatever. Du machst es 1% besser, das ist genug. Das ist unsere Aufgabe. Wenn du so. Oh, ich sage so. Oh, ich sage so. Ich möchte Dinge ein bisschen besser machen. Bei allen Dingen notwendig. Und du? Was willst du? Ich möchte zu bezahlen. Natürlich. Ja, sicher du. Also, hör mal. Ich habe etwas, was ich für dich zu tun. Das ist die letzte Zeit. Natürlich. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese, and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty as sin. He is sin! But, it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls and brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up the box site and call me. Fight cheese. Very good, Nico. Stolz of you. Begib dich zu den Sozialwohnungen in East Holland. Aber jetzt bitte sag nicht, dass es diese Mission, die ich so nice fand. Weil es gibt auch die eine oder andere Mission, die ich mega cool finde. Und eventuell könnte die da schon sein. Oder auch nicht. Nee, ich glaub, das könnte sie sogar noch nicht sein. Aber... Ich muss schauen. Ich muss sagen. Nee, das ist die Mission tatsächlich nicht. Das ist die... Okay, ich erinnere mich wieder. Ich bin aus dem Projekt, wo ist er? Er sollte auf dem zweiten Platz sein. Er hat einen Augenblick auf alle seine Leute von da oben. Die Leute, die du sehen, werden für diesen Schum-Bag arbeiten, in einer Weise oder andere. Auf jeden Fall, diese Projekte haben alle das gleiche Schrauben. Eine Stärkasse auf die beiden Seite. Versuchen Sie aus dem Boden, bevor Sie sich violent sind. Violent? Ich? Ja, du. Erinnerst du, du bist ein wirkliches Service für die Gemeinschaft, indem du diese Schum-Bag wegschraubst. Francis McCreery ist die Gemeinschaft jetzt? Du klingst, wie dein Freund Manny. Eliminiere Clarence. Ich denke, jemand hat aus dem Tourist-Train. Was auch. Gehen nach oben wäre ein schlusses Spiel. Ich sage dir das. Ich kann gehen, wo ich mag. Alles, was ich? Ver Pearlist? Bittes Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ja, dieser Style hier ist auch nicht schlecht, den ich hier mache Och, Gott sei Dank, Heilung Ich bin nicht in der mood für Bullshit Clarence Wo bist du? Ich habe diesen, Entschuldigung! Hui, okay, ich glaube, das waren alle Yay, erstmal Freudensprung hier Check, Gelände gesichert Yo, 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 man, you got me chill My life Akiri gonna think I'm dead, word Come on, boss Don't kill me, boss I'm too young to die Please, please That's right We the same, me and you Look out for each other You the boss though, man You the boss of me Hey, get out of here I see you again You wish I had killed you now Tschüss, Clarence Och, nein Um Clarence wurde sich gekümmert Werdet ein Fahndungslevel los Hatte ich das nicht schon genug? Digga, die haben das Gebäude umstellt, Alter Tricksen wir sie aus Ja Ah, sehr schön Da ist auch die Karre Wiedersehen Ich hoffe, Clarence macht wirklich keinen Ärger mehr Beweis Das Menschen können sich ja ändern So Und da haben wir unsere fünf Riesen You don't have to worry about Clarence anymore Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ich habe diese Leute zu verletzten. So, dann schauen wir doch mal, was der Gute jetzt für eine Mission für uns hat. In Lore. Okay. Oh, hold on, in Organisation? Oh, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! All right, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk. On account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, 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 wait a minute. Look. You gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. That guy's a fucking low life. He means nothing. If there is a God, and he loves us. If there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. Now. Five. You? Cool. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment in Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there. Give me a call. Klar. Besorg die Munition für dein Präzisionsgewehr aus dem Auto. There we go. I do have the car inside our uncle. Guys. ... Das war's für heute. So, erscheint dann wohl anscheinend die letzte Mission für ihn hier zu sein. Und da ist ja auch schon das Auto. Wie gibt es im Apartment der Steelers in der Denver Avenue? Gut, dann schauen wir doch mal. Aber Nico, ey, der nimmt den McRee echt auseinander, finanziell, ne? Ja, ja, schon cool. Ah, da sind wir auch schon. Dann rufen wir den Guten mal an. Ich habe den Platz gefunden. Okay, die Mopps holen sich in seinem Haus. Es ist auf der vierten Flur, auf der oberen Seite der Straße. Geh auf den Ruf des Bildes, um einen Schuss an ihn zu bekommen. Was, wenn er nicht nach der Tür steht? Dann benutze deine verdammte Erinnerung, um ihn nach der Tür zu bekommen. Jesus! Telefon mich, wenn es fertig ist. Kaufe ich! Was zum Teufel? Ich dachte, es wären normale Hausbewohner. Los, raus hier. Diesmal bin ich gnädig. Los, verzieh dich. Hopp, hopp. Ksch, ksch. Ksch, ksch. Wollt, geht's nicht gäh. Wollt, geht's nicht gäh. He's a Zerkario, look out! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben einen Zivilisten in Holland. Warum tut ihr mir das an? Ihr solltet mir dankbar sein, ihr Lieben. Ich habe ihn mit ihm. Wenn du meinst. So, wie es hier nun weitergeht, entweder bei Playboy X oder bei Elizabeth Torres, das finden wir im nächsten Part heraus von GTA 4. Also, bis dann. Tschüss.